Einen wunderschönen Guten. Erstmal sorry dafür, dass in letzter Zeit keine Videos mehr rauskamen. Ich konnte aus verschiedenen Gründen keine Videos mehr produzieren. Dazu mache ich aber ein separates Video noch oder dazu erkläre ich später dann noch mehr. Nicht hier in diesem Video, ich möchte mich nur kurz entschuldigen. Und ab Januar geht es dann wieder kräftig weiter. Da hole ich dann auch viele Videos, die ich machen wollte, die ich euch auch schon versprochen habe, nach. Die kommen dann im Januar. Also im Januar wird es dann mehr Videos geben. Also im Dezember, wo YouTube eigentlich am meisten Geld für die Videos zahlt, bringe ich gar keine Videos raus. Und im Januar, wo alle anderen Urlaub machen und keine Videos rausbringen, weil da am wenigsten damit verdient ist, bringe ich dann richtig viel Content raus. Also YouTube-Profi. Naja, egal. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Es geht hier eigentlich jetzt um die Kickstarter-Kampagne von Ridelink. Ridelink solltet ihr ein oder andere von euch schon kennen. Die waren schon zu Gast bei uns in der Moped-Show. Also hier waren es ja auch schon Thema. Die haben ja den Wingman am Start und für den Wingman als Erweiterung dafür, also das Produkt gibt es ja schon, als Erweiterung dafür wollen die die Software updaten und sammeln dafür gerade über Kickstarter Geld, um eben die OPD-Plus-Funktion an den Start zu bringen. Heute möchte ich mit euch einen genaueren Blick auf die Kampagne werfen und was die Verbesserungen sein sollen zu dem, was es jetzt schon gibt und wie man sich daran auch beteiligen kann. Die Ridelink-Kickstarter-Kampagne Ridelink möchte über Kickstarter 75.000 Euro sammeln, um eben, wie gesagt, das bestehende Produkt, den Wingman, der bereits existiert, der bereits gekauft werden kann und den viele von euch wahrscheinlich auch schon haben, um den nochmal zu erweitern und zu verbessern, softwaretechnisch. Zumindest können dann viele von euch ihren Wingman, den sie bereits auch haben, auch um diese neuen Funktionen erweitern. Und wenn ihr Bock habt, das Ganze zu unterstützen, könnt ihr davon auch noch von exklusiven Vorteilen profitieren, ohne dass ihr dabei irgendwas riskieren müsst. Denn bei Kickstarter ist es so, beziehungsweise bei dieser Kampagne ist es so, nur wenn die 75.000 Euro, also dieses Kampagnenziel, wirklich erreicht wird, nur dann wird das Geld von euch eingezogen. Ansonsten bleibt es bei euch und ihr müsst nichts zahlen. Aber ihr könnt euch, wie gesagt, trotzdem Vorteile sichern. Herzstück der Kampagne ist die Entwicklung des Wingman OBD+. Diese Erweiterung möchte eben das Gerät mit zusätzlichen Diagnosefähigkeiten ausstatten, um sein Motorrad nochmal besser auslesen zu können und genau in Echtzeit dann auch auf bestimmte Daten zugreifen zu können und diese auch bearbeiten zu können, wenn es gewünscht ist. Aktuell hat ja der Wingman, so wie man ihn momentan auch kaufen kann, schon eine wirklich große Palette an Funktionen. Zum einen gibt es halt da auch die Unfallerkennung mit E-Call, also da wird im Falle eines Unfalls automatisch der Notruf gewählt. Dann gibt es einen Diebstahlschutz. Wenn sich jemand an eurer Maschine zu schaffen macht, dann bekommt ihr eine Warnung aufs Handy, was natürlich schon ganz gut ist und den ein oder anderen Diebstahl verhindern könnte. Sollte die Maschine trotzdem schon weg sein, bis ihr bei der Maschine seid, gibt es außerdem auch noch ein Live-Tracking. Also ihr könnt trotzdem noch verfolgen, wo befindet sich die Maschine gerade und könnt in Anführungsstrichen die Verfolgung aufnehmen, was ihr eigentlich natürlich der Polizei überlassen solltet, aber das muss jeder selber wissen. Und natürlich gibt es dann bis jetzt auch schon einen gewissen Zugang auf die Onboard-Diagnostik. Also ihr habt Zugang zu fahrzeugspezifischen Funktionen wie Geschwindigkeit, Drehzahl, Kraftstoffverbrauch und solche Sachen. Die Sachen sollen natürlich, wie gesagt, mit OPD Plus nochmal deutlich erweitert werden mit dieser Kickstarter-Kampagne. Vergessen darf man natürlich auch nicht die integrierte Navigationsfunktion, die in Zusammenarbeit mit der App, die von Riteling entwickelt wurde, zusammenarbeitet, die man auch teilweise ohne den Wingman selbst nutzen kann und die wirklich ein Blick wert sein sollte. Damit sind zum Beispiel auch richtig geile Gruppennavigationen möglich. Wer sich jetzt entscheiden sollte, diese Kampagne zu unterstützen, der kann auf den Link unten in der Videobeschreibung draufklicken, kommt dann zu Kickstarter, kann dort, wie gesagt, dann einen gewissen Betrag spenden. Wie gesagt, ohne Risiko sollte das Kampagnenziel von 75.000 Euro nicht zustande kommen, dann wird auch kein Geld von euch abgebucht. Damit müsst ihr auch nicht, wie es bei anderen Kampagnen, bei anderen Crowdfunding-Kampagnen teilweise leider ist. Dadurch habt ihr kein Risiko und ihr verliert dadurch auch kein Geld. Weil woanders ist es ja oftmals so, man will dieses Produkt unterstützen, man will helfen, es mit auf den Markt zu bringen und danach ist dann das Geld futsch und bekommen tut man auch nichts. So ist es hier definitiv nicht. Ihr seid hier über Kickstarter auf jeden Fall abgesichert. Außerdem könnt ihr auch, je nachdem wie viel ihr dem Ganzen beitragen möchtet, verschiedene Belohnungen abstauben. Also ihr könnt den normalen Wingman, den zukünftigen Wingman OBD Plus, auch andere Sachen, die App, beziehungsweise die App, die Bonusfunktion in der App, weil eigentlich in den Grundfunktionen ist sie kostenlos, aber die Bonusfunktion in der App und solche Sachen könnt ihr dort vergünstigt kaufen, in Anführungsstrichen. Also wenn ihr sowieso mit dem Gedanken gespielt habt, euch einen Wingman zu kaufen, dann könnt ihr ihn dort günstiger abstauben wie so zum regulären Preis. Also auf jeden Fall ein Blick wert. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, die Kampagne zu unterstützen, beziehungsweise Rightlink zu unterstützen, schaut unten in die Videobeschreibung. Da ist das Ganze nochmal verlinkt. Ansonsten wer noch weitere Infos zum Wingman, zum aktuellen Wingman haben möchte, der kann unten auch mal in die Videobeschreibung schauen. Da habe ich das Video von Chain Brothers, vom Jens, verlinkt. Der hat das Ganze mal genauer getestet und mit anderen Produkten, die vergleichbar sind, mehr oder weniger, eben wirklich auf Herz und Nieren geprüft und verglichen und da wirklich ins Detail aufgegliedert, wo welches Produkt gut oder schlecht ist. Und da hat der Wingman wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten. Also wie gesagt, wer weitere Infos braucht, schaut mal beim Jens vorbei auf seinem Kanal. Der findet da alle weiteren Infos dazu. Also ansonsten wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann im Januar wieder. Da dann eventuell 1. oder 2. Januar sogar schon, wird dann das nächste Video kommen. Und wie gesagt, ich schulde euch ja noch das ein oder andere Video, die folgen dann. Danke für euer Verständnis. Kommt's gut ins neue Jahr. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.